Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast Ausgabe 307. Es ist der 1.8.2021. Heute mit dabei der Eugen. Servus. Und frisch zurück aus dem Urlaub die Samira Kalimera. Hallo. Kalimera, ja. Passend. Habe ich das richtig ausgesprochen, oder? Ja, so habe ich das auch immer gehört. Ich bin jetzt auch noch keine griechische Expertin geworden, aber da müsste ich länger da bleiben, ja. Okay, gut. Wir fangen wie immer mit dem Rückblick auf das vergangene Box-Wochenende an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da war eine Veranstaltung in England gewesen, im Matchroom Fight Camp in Brentwood, Essex, United Kingdom. Eine Veranstaltung von Eddie Hearn, übertragen auf The Zone. Dort kämpften im Hauptkampf Kang Ju gegen Lee Wood. Ein Kampf, der eng angesetzt war und den Ju in der 12. Runde leider noch vorzeitig verloren hat. Aber interessant war auch auf der Undercard Avni Yildirim gegen Jack Cullen. Jack Cullen ist ja bei diesem Kampf als Favorit ins Rennen gegangen und Samira, ich denke, seiner Rolle wurde auch sehr gerecht. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja noch nie so der Riesenfan vom Stil von Avni Yildirim gewesen. Also er boxt ja, wenn man ihn einmal gesehen hat, dann weiß man ja auch ungefähr so, wie er boxt. Also da gibt es jetzt auch nicht so eine großartige Entwicklung zu irgendwas anderem hin. Also ich fand, der Kampf halt war, also der Kampf zwischen Avni Yildirim und Jack Cullen war halt ein bisschen einseitig, sagen wir mal so. Jack Cullen ist mir besonders durch seine Physis halt aufgefallen. Ich habe den vorher jetzt auch noch nie gesehen. Der ist halt extrem groß und dünn so. Also auch seine Arme sehr auffällig. Der ist 1,91, also 27 Jahre alt und ja, aus UK halt. Der Heimboxer Avni Yildirim wurde da jetzt auch nicht als Gewinner, als Sieger eingeladen. Aber er hat sich natürlich gut geschlagen. Er ist 1,82. Mr. Robert ist natürlich ein riesiger Größenunterschied schon. Und Jack Cullen, ja, ist halt auch ein bisschen so sehr unbequem gewesen zu boxen. Also recht beweglich auch im Oberkörper für seine Größe. Seine Reichweite hat es ihm leicht gemacht. Also auch mit seinem Jab immer dann aufwärtshaken, irgendwie die richtige Distanz zu finden. Und er war echt variabel, also echt ein gut anzusehender Boxer so. Auch wenn ihm etwas die Power fehlt. Aber es ist halt klar in diesem Gewicht, ne, dass es, ja, super Mittelgewicht mit dieser Größe da meistens, mit dieser Physis, dass du dann nicht so viel Power hast. Auf jeden Fall kann ich eigentlich schnell zusammenfassend sagen, dass Jack Cullen eigentlich alle Runden außer die achte bei mir gewonnen hat. Der Kampf ging nur zehn Runden. Ähm, die achte habe ich Avni Yildirim gegeben, weil er da einfach mal so ein bisschen die härteren Hände drin hatte. Und dann zwar manchmal mit zu viel Gewalt dann an den Gegner reingegangen ist. Aber Cullen hatte dann auch ein bisschen Nasenbluten, hat sich die Runde ein bisschen ausgeruht so. Und sonst, ja, danach hat er wieder angezogen und sich die letzten Runden bei mir auch recht klar gesichert. Also ich habe da nicht viele enge Runden gesehen. Für mich war das ein klarer Kampf. 91 zu 99 für Jack Cullen recht klar. Die Punktrichter haben es auch recht klar gesehen. 98, 92, 100 zu 90 und 97, 93 würde ich sagen, geht alles so in Ordnung. Mein Punkturteil passt auch rein. Und ja, von daher war ein ganz netter Kampf. Aber ja, war jetzt auch nichts, was man vielleicht sich unbedingt, was man unbedingt nachholen muss. Für Avni Yildirim natürlich jetzt auch so ein bisschen, ja, sein letzter Gegner war halt Canelo. Also ich meine so. Da komme ich bis heute nicht drüber hinweg. 2021. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch sage, aber Avni Yildirim ist für mich so ein bisschen der Andi Scheuer des Boxens. Der kriegt irgendwelche Jobs, wo du auch denkst, was qualifiziert denn dafür? Er hat guten Manager anscheinend. Also ich meine, das war ja schon, das ist ja, was Größeres geht ja gar nicht. Als gegen Canelo in den Ring zu steigen. Erstmal überhaupt von der Chance. Zweitens einfach von seinem Payday. Und jetzt gegen halt Jack Cullen. Ist natürlich eigentlich für uns auf jeden Fall in Deutschland noch ein No-Name. Hat jetzt nicht so, hat einen guten Rekord so für den Engländer, aber ist jetzt auch nicht irgendwie ein Superstar. Also 20-2-1, 20 Siege, 9 durch K.O. Da sieht man schon, Power ist jetzt nicht übertrieben da. Zwei Niederlagen, eine unentschieden, aber ist halt ein echt guter Boxer, so gutes Niveau. Aber das geht natürlich jetzt down so. Also Avni Yildirim wird jetzt geholt, um sich aufzubauen. Und wenn er da schon so klar verliert, dann erwarte ich da jetzt auch nicht mehr so viel, ehrlich gesagt, von ihm. Weil er hat schon ziemliche Konditionsprobleme gezeigt. Schon Mitte des Kampfes hat er, da hat man gesehen, irgendwie ist er auch nicht so richtig fit und so. Also der Gegner war viel fitter und deswegen... Aber trotzdem Respekt natürlich auf Matchroom, dass er da so eine Chance kriegt und sich da präsentieren kann auf The Zone. Muss man erst mal schaffen, ne? Also ja. Er wurde ja jetzt auch nicht verprügelt oder so, aber er konnte halt so technisch und so einfach nicht mithalten. So ist halt Mr. Robot, wisst ihr ja. Aber Rico Müller, der hat ein bisschen zu viel abgekriegt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, das kann man so sagen. Das war halt schon ein recht anderer Kampf, aber das waren natürlich auch andere Vorzeichen bei Rico Müller gegen Anthony Forla im Super-Welter-Gewicht. Rico Müller ist ja auch sehr spontan als Ersatzgegner eingesprungen gegen einen, ja für uns auch noch nicht so bekannten Engländer. Also Forla habe ich mir vorher noch nie angeguckt, aber auch echt sehr, sehr lockerer Typ, sehr variabel im Ring. Alles mit großer englischer Lockerheit, sein Stil. Also sehr schön anzusehen und sein Rekord ist auch so 15 Siege, 12 durch K.O. Also er hat schon ein bisschen mehr Power, hat man auch gesehen und eine Niederlage sogar schon drin, aber ich glaube, die schadet ihm nicht so gegen Scott Fitzgerald 2019. Und ja, wenn wir jetzt auf den Kampf gehen, ja Rico Müller hat einfach die Chance, hat er ja auch schon angekündigt vor dem Kampf, ne, in Social Media. Ich versuche einfach die Chance, so ist halt sehr spontan. Ich fahre hin zum Gewinn. Also ich probiere natürlich mein Bestes, aber ja, da war halt dann natürlich auch schon, die Vorzeichen waren ja klar, dass er da irgendwie natürlich jetzt so eine Sensation schafft, ja, wäre sehr überraschend gewesen. Aber er hat gut gekämpft. Also am Anfang sah er für mich, finde ich, ein bisschen fest aus. Hat natürlich immer, er hat ja seinen Doppeldeckungsstil so, na trotzdem sind die Hände von Fawler dann auch durchgekommen. Zumindest dann nicht die erste Jab vielleicht, aber dann der zweite oder dritte ist dann oft auch durch die Doppeldeckung durch. Anthony Fawler hatte natürlich auch einen riesen Größenreichweitenvorteil. Sehr guter Jab, hatte sehr gute Distanz, direkt in der ersten Runde perfekte Beinstellung, Distanzgefühl. Also bei dem hat wirklich alles gestimmt. Man hat halt gleich gesehen, er hat mehr Power und das ist auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, gewesen. Rico Müller hat erstmal ein paar Runden gebraucht. Also er hat schon mitgefightet, also muss man echt sagen, er hat sich nicht versteckt, er hat sich auch nicht hingeworfen oder so. Er hat sein Bestes versucht, aber er ist halt natürlich technisch einfach limitierter. Fawler war die ganze Zeit dominanter. Die einzige Runde, die vielleicht so ein bisschen enger war, war die fünfte. So aus deutscher Brille könnte man die zumindest so unentschieden geben, wenn man möchte, aber eigentlich zu Hause so natürlich auch an den Heimboxer und am Ende, ja, das Ende kam in der achten Runde durch TKO. Müller hatte dann auch schon ziemlich viel kassiert, er sah auch schon dann ein bisschen mitgenommen aus, sein Auge war angeschwollen und so, aber es ist ja bei ihm oft so, linkes Auge angeschwollen, er kassiert auch gegen Ponzo und so war das auch schon so. Hinter seiner Doppeldeckung kommen halt dann trotzdem Treffer durch. Auf jeden Fall, ja, Fawler hat sich einfach, man hat es gesehen, er hat sich vorgenommen, ich finische den jetzt. Also er ist auf ihn dann zugestürmt plötzlich und hat dann einfach mehrere Schlagserien abgefolgt zum Kopf, zum Körper und irgendwann ist Müller einfach so kurz eingeknickt und der Ringrichter hat eigentlich zum perfekten Zeitpunkt für mich den Kampf abgebrochen, weil er davor einfach so 20 Hände oder so genommen hat. Nicht alle hart, aber trotzdem hat er einfach zu viel kassiert, auch im Laufe des Kampfes. Es war so die Gesamtheit der Treffer, die dann kam, man, er ist nicht richtig zu Boden gegangen, aber er ist halt so kurz runter und ich dachte so perfekt, dann im Moment das abzubrechen, weil es hat keinen Sinn, TKO, achte Runde. Fawler war auch der deutlich bessere Mann eigentlich jede Runde und von daher, er hat, er muss sich nicht verstecken, Müller hat gekämpft so, teilweise hat er auch Respekt, ne, auch von den The Zone-Kommentatoren bekommen, so für seine Leistung, weil er halt auch ab und zu ganz gut aussah, wie halt in der fünften Runde, auch so zum Körper getroffen hat, auch Haken, weil Fawler seine Deckung oft hängen ließ und da nicht so beeindruckt war von der Schlagherde, aber war okay so, auch wenn er verloren hat, also ich habe schon schlechtere Performances gesehen von deutschen Boxern, von daher, ja, gute Besserung, Rico Müller auf jeden Fall, dafür, dass man so spontan einspringt und vielleicht auch nicht hundertprozentig fit war, war es okay. Es tut mir noch echt leid, Eugen, ich habe dich gerade übergangen, weil du hast ja auch den Hauptkampf gesehen, Kanju gegen Lee Wood, was kannst du dazu sagen? Ja, dazu kann man im Grunde sagen, dass das schon ein sehr, sehr enger und schöner Kampf war. Klar, Xu jetzt nicht unbedingt mit der größten Punching-Power ausgestattet und ich denke, ja, die Runden gingen so ein bisschen hin und her, fand ich. Mal hat Xu, mal Wood die Runden gewonnen. In der Mehrheit würde ich schon sagen, dass Wood die mehr Runden gewonnen hat und ja, beide haben ja auch ähnlich viel getroffen und Wood hat halt, hat den Xu auch schon in der achten Runde so, hat man schon gemerkt, dass der Xu so am Limit war und in der zwölften, ja, da war der einfach, der Tank war leer von Xu und ja, er ist runtergegangen und also erst mal, bevor er runtergegangen ist, ist er quasi einmal gestolpert, aber da sah man schon, dass da nicht mehr viel da war. Dann hat er ihn runtergeschlagen und dann hat er eigentlich nur noch Wood auf Xu eingeschlagen. Er hat sich schon noch verteidigt, Hände oben gehabt und so. Es muss man nicht abbrechen, aber so im gesamten Kontext, so dass der Feuer schon so ein bisschen wirkte, der Xu, dass das Gas oder der Tank ziemlich leer war und dass er wahrscheinlich auch nicht nach Punkten hätte den Kampf bekommen, ist der Abruf, finde ich, schon auf jeden Fall vertretbar gewesen und grandiose Leistung von Lakewood. Der Xu ist nicht so einfach zu schlagen, also das war schon, schon klasse. Und vielleicht noch zu dem zweiten Hauptkampf, das war Tommy McCarthy gegen Chris William Smith. Das Ding endete in einer SD, wo, ja, Chris William Smith das Ding gewonnen hat. Da ging es gleich ja um den EU-Titel, um den BBC-Titel, das ist halt, oder BBB auf British Cruiserweight Title halt, oder der Kamerals-Titel. Und ja, das war auch schon ein brutaler Kampf. Also da haben die beiden es sich richtig hart besorgt. Ich weiß gar nicht, wer der jetzt wirklich gewonnen hat. Es war einfach brutal eng. Ich denke, mit dem Draw wären beide ganz gut dran gewesen, aber so hat Chris William Smith das Ding halt knapp bekommen, was, ja, was schon okay war, aber es ist halt super eng, ne. Und von daher kann man das Ding gerne nochmal machen, aber war auch ein klasse Kampf. Der Kampf, der wahrscheinlich für uns am interessantesten gewesen wäre, war ja der Kampf zwischen Connor Benn und Adrian Granados gewesen. Der hat leider nicht stattgefunden aufgrund einer Covid-19-Infektion bei Connor Benn. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich bin mal gespannt, wann der dann nachgeholt wird. Ein anderer Kampf an diesem Wochenende fand in Amerika statt. Der war in New Jersey im Prudential Center in Newark gewesen. Übertragen wurde der von USA Fox. Und dort kämpfte im Schwergewicht Michael Polite Coffee gegen Jonathan Rice. Jonathan Rice war ein Ersatzgegner, der für den auch an Covid-19 erkrankten oder positiv getesteten Gerald Washington eingesprungen ist. Und ich habe ein kleines Déjà-vu bei diesem Kampf gehabt, denn es war noch nicht allzu lange her, ich glaube, es war 2018 oder 2019, da war ein kleinerer, dickerer Mexikaner auch kurzzeitig eingesprungen für einen anderen Hauptgegner. Und bumms wurde der auf einmal Weltmeister. Dieses Mal ging es allerdings nicht um eine Weltmeisterschaft, aber Jonathan Rice besiegte den aufstrebenden Michael Polite Coffee durch TKO in der fünften Runde und wie auch Eulen gerade schon bei dem anderen Kampf gesagt hat, meine Güte, haben die sich eingeschenkt. Das waren so zwei, sind die 1,96, beide gut um die 120 Kilo, aber die haben sich Bomben gegeben. Leck mir am Arsch. Da ging es richtig gut zur Sache. Und was mir sehr gut bei diesem Kampf gefallen hat, war, dass Fox quasi die klaren Treffer unten im Display immer eingeblendet hat. Und man konnte wirklich, ja so ab Runde 3 konnte man richtig sehen, wie so der Score-Count bei Jonathan Rice hochging. Der hatte am Ende, glaube ich, über 20 mehr klare Treffer drin im Gegensatz zu Coffee. Und in der fünften Runde hat er sich so eine gefangen am Auge, dass der auch fast, ja, unfähig war, wirklich sich zu wehren und von Dive nicht. Ist der Abbruch durch den Ringrichter in Ordnung gewesen? Jonathan Rice hat sich echt gut präsentiert. Ich meine, er hat zwar schon sechs Niederlagen vorher im Rekord drin, aber ganz ehrlich, wer eine UD oder, sag mal, schafft die vollen zehn Runden gegen F.A. Jakba zu stehen. Der kann schon mal was. Ein TKO gegen Aslan Makhmudov. Das ist okay. Ja, der ist halt auch stark. Ja, muss man auch einfach sagen. Eine UD gegen Tony Joker, eine Steven Shaw. Der ist besser, als sein Rekord ihn aussehen lässt. Und meine Güte, also, das war schon echt gut gewesen. Also, hat mir echt gefallen, war eine Überraschung gewesen. Ich bin ja sowieso prinzipiell immer für den Underdog. Und Coffee, ja, der muss jetzt auf jeden Fall nochmal analysieren, was ist falsch gelaufen. Ich meine, der Mann hatte jetzt gerade mal zwölf Kämpfe als Profi gehabt. Ich glaube, genauso viele Kämpfe als Amateur und ist schon 35. Also, so viel Zeit hat der auch nicht. Aber interessant anzusehen war es. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da ist eine Veranstaltung am Donnerstag, auch wieder ein ungewöhnliches Datum, im Madison Square Garden in New York City. Dort ist eine Veranstaltung von Ludibela und übertragen wird sie von USA Fight, F-I-T-E. Ich vermute mal, wahrscheinlich auch der deutsche Ableger Fight, wird das dann übertragen. Aber genaues weiß ich da jetzt nicht. Dort kämpfen unter anderem im Weltergewicht Eric Walker gegen Ivan Golub um den vakanten USBA-Weltergewichtstitel. Michael Hunter kämpft gegen Mike Wilson um den vakanten WBA-Continental America's Heavy Title. Und mal wieder da, oder seit langem mal wieder da im Weltergewicht. Chris Algeri kämpft gegen Michael LePierre, einen Boxer aus Trinidad und Tobago. Muss ich zugeben, sagt mir jetzt nichts. Bei Boxrec ist er im Superleichtgewicht geführt. Ich gehe mal davon aus, alles andere als ein Sieg von Algeri wäre jetzt ein Wunder, oder? Ja, aber die Boxen am Dienstag, am 3. August, also nicht am Donnerstag, am Dienstag. Oh, stimmt, du hast recht, 3. August ist ein Dienstag. Ich habe mich vertan. Genau, ist schon bald. Tuesday, Thursday, das werfe ich immer durcheinander. Ja, ist ja kein Problem. Aber mich hat der Name einfach überrascht. Also ich meine, den letzten Kampf hatte Chris Algeri, also hatte den letzten Kampf am 1.6.2019 gegen Tommy Coyle, hat er gewonnen. Und danach hat er eigentlich seine Karriere beendet gehabt und war eigentlich noch recht präsent, einfach als Kommentator, zuletzt auch auf der Zone. Also man hat ihn halt oft einfach außerhalb des Rings gesehen. Und ich glaube, er hat auch irgendwie sich sehr viel mit Ernährung und so beschäftigt, also gesunde Ernährung oder so. Auf jeden Fall ist mir das so im Hinterkopf geblieben auf Social Media, dass er da auch irgendwie so hinterher ist, ist auf jeden Fall interessant, dass er überhaupt wieder Box. Ich meine, ich habe ihn immer gerne mir angeguckt. Die Frage ist halt so, warum kommt er zurück? Ich meine, eigentlich hat er ja dann noch andere Jobs, auch als Kommentator, konnte er es nicht lassen, braucht er das Gefühl wieder, braucht er Geld, so hat er noch Hunger. 1.000 Franken, ich weiß nicht, was ihr da denkt. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn man so eigentlich seine Karriere beendet hat, dann wieder zurückkommt. Ha, weiß ich nicht so. Meistens ist es Geld. Meistens ist es Geld. Ja, genau. Und du wirst ja auch älter so, ob du da immer so besser wirst. Aber man muss sehen, das ist ja jetzt auch erst mal ein Gegner, der jetzt wahrscheinlich ihn nicht vor so große Probleme stellen wird. Und ja, also ein paar Kämpfe kann er vielleicht noch machen, ganz gute. Der war ja immer sehr, ähm, recht talentierter Boxer, so, ne. Und wenn man gegen Errol Spence Junior die letzte Niederlage hat, dann muss man sich auch nicht verstecken, so. Also von daher, ja, okay, gegen Amerikanen hat er auch verloren. Manny Pacquiao, aber das sind halt alles Riesennamen, so. Das sind ja eigentlich alles so Boxstars. Er hat eigentlich jetzt keine Niederlage in seinem Rekord, wo man sich echt verstecken muss, so. Von daher, ja, kann man ihm zutrauen, da vielleicht noch ein bisschen was zu reißen? Oder seid ihr begeistert von so einem Comeback? Oder, weiß ich nicht. Findet ihr, oder fandet ihr seinen Stil langweilig oder so? Ich weiß nicht, oder war das immer so? Eine gute Frage. Ich denke, die Antwort, warum er zurückkommt, ist vermutlich schon Geld, wie ihr schon gesagt habt. Das ist ja immer nicht die Antwort. Aber, ja, er ist sicherlich grundsolider. Aber es ist jetzt auch niemand, auf den ich mich jetzt wirklich freue, muss ich gestehen. Also recht neutral, so, ob er jetzt Box oder nicht, ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein Riesenunterschied. Ja, so kann man sagen. Achso, ich habe ja auch gerade mal gegoogelt, wie alt er ist. Ja, okay, er ist 37, also, ja. Da kommt nicht mehr viel. Ja, genau, da wird wahrscheinlich seine Karriere jetzt auch nicht mehr so lange gehen, ne? Gerade in der Gewichtsklasse. Ja, ist halt auch die Frage, ne? Da habe ich mich auch gefragt, ob er überhaupt noch, ich glaube, er sieht immer noch durchtrainiert aus, aber trotzdem, ob er noch im gleichen Gewichtbox, ist ja dann auch immer so die Frage. Die meisten schaffen das halt nicht mehr nach so einer Pause. Aber werden wir sehen, vielleicht hat er auch irgendeinen großen Kampf in Aussicht, hat irgendein Angebot bekommen, weißt du, erst mal hier, mach mal zwei Aufbaukämpfe, danach kriegst du was Großes und dann macht er es vielleicht einfach. Müssen wir mal abwarten, was da noch so kommt. Aber ich glaube jetzt nur so für so gegen Michael LePierre irgendwie noch dreimal zu boxen, lohnt sich das jetzt nicht unbedingt sein Comeback zu machen. Nein, er wird den einen großen Zahltag noch anstreben oder relativ großen und dann war es das auch mit ihm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund seines Styles und so dann auch irgendwie groß was kommt. Ansonsten ganz erstaunlich, dass es im Madison Square Garden stattfindet. Das ist ja doch ein Event, wo jetzt nicht unbedingt die großen Stars boxen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Das sind alles aufstrebende oder interessante Boxer, aber da ist jetzt nichts bei, wo du sagst, oh, Madison Square Garden. Das ist ja so einer dieser wenigen Venues, wo du auch wirklich sagst, oh, so der Place to Beat, so Dinge so auf der Bucketlist, da musst du einmal gekämpft haben oder welchen Konzert gegeben haben. Aber da ist ja nichts bei, wo du sagst, wow. Nee, nee, ganz nett vielleicht mal zu sehen, Michael Hunter, wie stark er noch ist, kämpft gegen Mike Wilson und den Verkannten wie B.A., Continental Americas Heavy Title. Super. Ja, aber das sollte kein Problem sein für Michael Hunter normalerweise und als vermeintlichen Hauptkampf dann Eric Walker gegen Ivan Golub. Eine andere Veranstaltung findet am Freitag, den 6. August in Nordirland in Belfast statt. Da ist eine Veranstaltung von Bob Arum und übertragen wird sie von USA ESPN Plus. Dort kämpft Michael Conlon gegen TJ Dohenny im Super Bantam, Lee McGregor gegen Vincent Legrant um den EBU europäischen Bantam-Titel im Superleichtgewicht, Tyrone McKenna gegen Jose Felix um den vakanten WBO Intercontinental im Superleichtgewicht. Ja, ist eine nette Veranstaltung, kann man sich angucken. Und eine andere Veranstaltung noch am kommenden Samstag, auch von Matchroom im Fight Camp in Brentwood-Essex. Dort kämpft im Federgewicht Kit Gellahat gegen James Dickinson um den vakanten IBF-Titel im Federgewicht. Im Schwergewicht Fabio Wardley gegen Nick Webb um den britischen Heavyweight Title. Ist auch auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Wardley ist ganz gut anzusehen. Äh, bin ich gespannt, wie der sich macht. Ähm, Alan Babich gegen Mark Bennett, auch noch im Schwergewicht. Übertragen wird alles auf DAZN. Kann man sie also, wenn man ein DAZN-Abo in Deutschland hat, sich auf jeden Fall angucken. Kommen wir zu den Hörerfragen. Und auf die freue ich mich heute echt besonders. Wir haben echt tolle Fragen reingekriegt. Dafür erstmal ganz, 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 ganz Großes. Dankeschön. Der Blünti hat uns gefragt, habe heute eine Folge von euch geguckt, wo ihr über Doping gesprochen habt. Meine Frage wäre, sollten die deutschen Boxer mehr beziehungsweise auch dopen, damit sie international was erreichen können? Ha. Ha, das ist eine gute Frage. Ja. Wenn, wenn es, wenn es so Skill, wenn es so Skill-Doping gäbe, ja. Also ich glaube nicht, dass deutsche, deutsche Boxer mehr oder weniger dopen als andere. Vielleicht tun sie es vielleicht ein bisschen weniger professionell, wenn man, wenn man sich so sieht, wenn man sieht, wer so alles erwischt wurde von den deutschen Boxern. Das waren ja doch eine Menge. So in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren. Und ich weiß ich nicht. Also es ist einfach so, dass es da einen gewissen Mangel an Skill gibt und den kann man natürlich nicht unbedingt mit Mitteln ausgleichen. Man kann sich schon gewissermaßen steigern, so dass man es auch zwölf hohen Vollgas geben kann und dass man gut in Form ist und dass man das Gewicht bringt und so weiter. Das sicherlich schon und das ist sicherlich ideal gedopt zu sein, bringt natürlich auch in den Kämpfen den entscheidenden Vorteil. Das ist ziemlich sicher so. Es ist nur die Frage, ob es halt wirklich was, was bringt generell. Also es bringt immer was, sagen wir so, aber wenn der Skill nicht so vorhanden ist, dann lässt es sich vielleicht halt nochmal als Journeyman zwei Runden länger stehen oder so. Aber ob das so der Gesundheit so zuträglich ist, weiß ich nicht. Aber ich, also ich, man kann es ja auch zusammenfassen. Also wenn man sich die Boxer so anguckt, alles was unnatürlich aussieht an Muskulatur und so ist, ist im Regelfall ja auch unnatürlich. Und ja, das ist auch so, wenn man sich so manche Boxer anguckt. Bei Felix Sturm fand ich, die Muskulatur sah jetzt auch nicht unbedingt immer so ganz natürlich aus. Ähnlich auch bei Alvarez, der ja auch gewisse Erfahrungen hat mit Steaks und so. Und ja, aber das ist ja auch, wie soll ich sagen, im Sport ist ja generell so ein offenes Geheimnis, dass einfach gedopt wird. Und es gibt eigentlich keine Sportart, die wahrscheinlich frei von Doping ist. Das gibt es einfach nicht. Jetzt haben wir die Olympiade in so einem 100 Meter Finale. Glaubt da ernsthaft jemand, dass da irgendeiner sauber ist, der da im Finale ist? Aber auch vielleicht auf die Frage vom Blünti rein, um mal rein zu gehen. Also ich denke, deutsche Boxer müssten, wenn dann dieses eine Dopingmittel haben, das denen die Schlagkraft gibt von einer Flugabwehrkanone, damit quasi der, ich nenne das jetzt mal der mangelnde Skill, damit auch überkompensiert ausgeglichen werden kann. Ich kann nur kurz noch mal was dazu sagen für Leute. Also auf jeden Fall kann ich allen unsere Doping-Folgen, glaube ich, es sind schon mehrere, empfehlen. Und wer sich halt für Doping so interessiert im Sport, da kann man ja immer bei der ARD ganz gut von Hajo Seppel so ein paar Doping-Folgen sehen. Ich glaube, zuletzt war auch sehr spannend. Der hat ja immer so Geheimsache Doping. Könnt ihr euch alle googeln, mal gucken. Auf jeden Fall kam halt raus, dass es bestimmte Fälle von Doping gibt, dass Leute, die halt Sportler, die nicht gedopt haben, aber trotzdem positiv getestet wurden, weil die einen sehr flüchtigen Hautkontakt mit jemandem hatten, dass das halt jetzt quasi die neue Problematik ist, dass du halt als Sportler, wenn dich jemand halt quasi, ja, wenn der einen positiven Doping-Test, wenn der dich ausschalten will, sagen wir mal so, dein Rivale will dich ausschalten, er beauftragt irgendjemand, sich kurz irgendwie an die Schulter zu tippen, hat irgendeine Substanz auf den Fingern und dann wirst du halt positiv auf Doping getestet, obwohl du gar nicht gedopt hast und du kannst es halt nicht beweisen. Das ist halt jetzt die Grundlage sehr schwierig, weil sonst mussten ja Leute, die positiv getestet werden, immer irgendwie beweisen, dass sie halt unschuldig sind, aber die Frage ist halt, wie beweist man sowas, weil merkt man überhaupt, mit wem man so Körperkontakt hat, mit wem nicht? Also das sind halt immer so neue Sachen, die dann halt noch in dieser Doping-Problematik dazukommen, die auch ganz spannend sind, falls ihr euch dafür interessiert. Ich finde das Thema sehr spannend und wo man halt dann wirklich gar nicht mehr weiß, also sollen jetzt alle frei dopen können, weil man kann es ja eh nicht kontrollieren oder versucht man überhaupt noch diesen Kampf anzugehen mit der Anti-Doping-Kommission. Das ganze Anti-Doping-System wird ja dadurch auf den Kopf gestellt, weil wie soll man da noch irgendwas machen oder beweisen? Wie soll man noch unterscheiden? Hat der selbst gedopt? War jemand anders da tätig und so? Also ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber ich finde das sehr spannend auf jeden Fall. Auch sehr traurig eigentlich, dass das schon so leicht geworden ist irgendwie. Ja, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Es ist auch ein interessantes Thema. Das kannst du aber auch ausweiten. Damals, als ich meine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht habe, da muss man ja auch einen Einsatz in der Psychiatrie machen. Da war ich auf einer Suchtstation gewesen und interessant war da, das hatte mir einer der Pflegekräfte erzählt, da werden ja dann auch auf den Suchtstationen immer mal so ein paar Drogenscreens gemacht bei den Patienten, um sicher zu gehen, dass die da nicht irgendwie heimlich was nehmen und auf einmal war die ganze Station positiv auf Morphin getestet worden oder so. Ja, was war passiert? Es gab Mohnbrötchen. Ja, Morphin wird ja aus Mohnen gewonnen. Aber wie gesagt, das ist schon ewig her. Ich glaube, mittlerweile dürften die Tests differenzierter sein, aber du konntest damals auf jeden Fall dann da durchfallen. Oder beim Doping, was wir ja auch in den Folgen besprochen haben, ist ja zum Beispiel, du kannst ja auch mit ganz üblichen Medikamenten auch durch den Doping-Test fallen, zum Beispiel mit Medikamenten wie HCT, Furuse mit etc. alles so entwässernde Medikamente, die heute oft eigentlich in erster Linie bei, ja ich nenne das jetzt mal bei Herzerkrankungen oder Bluthochdruckerkrankungen eingesetzt werden. Kannst du aber auch gut zum Verschleiern von Dopingmitteln benutzen und damit fällst du ja auch durch den Doping-Test durch. Ja, es gibt tausende Sachen. Aber es ist halt schon krass, dass du Leute halt so leicht auch da positiv, also ja, also dass du Leute quasi deine Konkurrenz so ausschalten könntest, wenn du irgendwie kriminelle Energien hast. Das ist halt krass und derjenige kann es halt gar nicht beweisen. Das ist halt wirklich schon sehr, also das ist ein Riesenproblem. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Du kannst ja nicht, du musst dich dann in so einen Anzug anziehen oder so, dass sich keiner mehr berührt und so. Ist ja auch oft so. Bei Boxern ist es ja auch so, dass kurz vorm Kampf, manche geben keinen mehr die Hand, weil sie dann Angst haben, sich noch zu infizieren. Jetzt mit Corona sowieso, ist ja klar, aber auch schon davor, dass die einfach keinen Hautkontakt mehr mit Leuten haben. Oder sich ihr eigenes Wasser mitbringen. Ja, genau, weil die dann auch auf Nummern sicher gehen. Aber vielleicht machen wir nochmal irgendeine aktuellere Doping-Folge, weil das ist ja jetzt auch ganz aktuell gewesen, wo wir über die neueren Sachen reden. Vielleicht kriegen wir den Heinz mal wieder dazu. Ja, genau. Das wäre interessant. Und ansonsten kann man sich vielleicht auch noch hier, was gibt es auch hier von ARD oder vom WDR Sport Inside, da kommt auch manchmal sehr Interessantes, auch zum Doping, Leute, die mit Security-Autos durch die Gegend fahren und da, ja, in Deutschland nicht so Unbekannte, die da, also, da gibt es schon sehr interessante Sachen, oder? Außer die Klassiker mit Sturm und wie er zu seinem Titel gekommen ist damals. Und das ist schon sehr, sehr interessant, was die manchmal so berichten. Also da wird halt schon sehr, sehr viel Schmuh gemacht allgemein im Sport. Das, das, das gerade, gerade Sportarten, wo man es nicht denkt, zum Beispiel Fußball ist auch extremst Doping-verseucht, da wird auch nur relativ schwach getestet und teilweise interessiert es auch keinen. Ich meine, Sergio Ramos ist, weiß nicht, zwei- oder dreimal mehr oder weniger positiv erwischt worden. Es interessiert niemanden. Sperren gab es auch nicht wirklich. Also sich juckt halt keinen, ne? Es ist halt zum guten Ton, so, ne? Nur bei den Radfahrern ist man immer gleich wieder empört. Aber das ist halt eine Sportart, wo es halt nur um körperliche Leistungsfähigkeit geht und da ist es halt noch mal verbreiteter als jetzt vielleicht im Tischtennis oder so. Wenn du nicht Titeln spielen kannst, dann nützt ja der beste Doping der Welt nicht, ne? Und ob es dir in dem Sport so viel nützt, weiß ich nicht. Aber es gibt halt Sportarten, wo es mehr oder weniger hilfreich ist. Und beim Boxen, wo du natürlich alles brauchst, Regeneration aus Dauerkraft, da ist es natürlich schon auch sehr, sehr hilfreich. Bleiben wir mal beim deutschen Boxen. Da hat uns der Detlef auch eine Frage gestellt. So, er schreibt erstmal, bleibt so wie ihr seid. Wir haben nicht vor uns zu ändern. Danke. Eine Frage für die nächste Folge. Meint ihr, dass ein Boxer von der boxerischen Klasse, aber auch Persönlichkeit eines Maske, Rocky oder Michalschewski den deutschen Boxsport in der heutigen Zeit wieder salonfähig machen könnte? Oder liegt der Abstort des deutschen Boxens noch an ganz anderen Dingen als an der boxerischen Klasse der hiesigen Fighter? Schwierig, aber ich würde sagen, die Antwort ist ja. Also wenn wir eine charismatische und sporlich interessante Persönlichkeit hätten, denke ich auch schon, dass derjenige den Weg auch wieder ins Fernsehen finden würde. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ne? Ja, ich denke auch. Also klar, vielleicht dauert es ein bisschen länger heute, weil sich so die Fernsehsender immer mehr von Boxen so verabschiedet haben und nur nach der MDR eigentlich so Boxen wirklich bringt und alles andere halt bei BILD Plus oder bei DAZN so ein bisschen läuft. Unter dem Radar halt von der breiten Öffentlichkeit, muss man ja dann so sagen. Aber ja, also ich denke, wenn jemand wirklich überzeugt, erstmal natürlich durch Skill, weil das ist einfach so, ne? Also es ist einfach Können, Erfolg. Du musst halt auch erfolgreich sein. Also wenn du halt keine Erfolge vorzuweisen hast oder gleich am Anfang deiner Karriere halt irgendwie dreimal irgendwie durch K.O. verlierst, dann wird es halt nichts mehr, ne? Es ist halt, du musst halt gut sein. Das ist die erste Voraussetzung. Und das Zweite ist, du musst halt vielleicht auch irgendwie ein Typ sein oder halt sich ein bisschen heute vielleicht sogar noch ein bisschen mehr so vermarkten als Maske und Rocky und Michael Schäfski das früher mussten, weil es einfach eine andere Zeit war und andere Leute das auch für sie übernommen haben und weil sie auch früher kein Instagram pflegen mussten oder jemand anders für sie und Facebook und weil da nur noch, da früher gab es ja nur Boxsportmagazin und dann gab es halt nichts, ne? Und dann gab es die Fernsehsender, die da alles berichtet haben, RTL und die Medien, die ganz normalen Zeitungen so. Aber das war nicht so, dass du so ständig so jeden Tag irgendwie auf Instagram da irgendwelche Storys hochladen musstest. Also ich glaube schon, dass du ein bisschen mehr vielleicht heute von dir vielleicht nicht preisgeben musst, aber vielleicht solltest ein bisschen mehr. Aber es muss natürlich auch nichts Privates sein. Es kann natürlich auch so sportliche Sachen sein, ne? Aber die Frage ist, wo haben wir heute, ne? So einen Maske oder so einen Rocky oder einen Michael Schäfski? Das ist ja die Frage, ne? Also so ein bisschen. Muss es doch gar nicht mal sein. Nimm doch mal einen René Weller. René Weller ist nie Weltmeister geworden, aber der war ein Typ, ne? Der war ein Typ, das war ein Showman. Der ist, der höchste Titel, den er hatte, war der Europameisterschaftstitel. Ist ein guter, solider Titel. War auch schon was, ja. Ja, das ist ein guter, solider Titel, kann man nicht meckern. Aber René Weller kannte man. So, der war nie Weltklasse, aber den kannte man. Axel Schulz hatte, ich glaube, der höchste Titel, den der hatte, war doch auch nur die deutsche Meisterschaft. Europameister war der nie, Weltmeister war der nie. Nicht offiziell. Und den konntest du ja auch gut vermagen, weil es ein Typ war. Ja, natürlich hatten sie, also natürlich bei Schulz und so, die hatten auch schon riesen Amateur-Erfahrungen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber stimmt schon, also man muss jetzt nicht wahrscheinlich unbedingt Weltmeister werden, um irgendwie in Deutschland ein populärer Boxer zu sein. Aber man muss halt schon ein gewisses Level haben. Also ganz nichts, es darf nicht nichts da sein. Man soll ja schon irgendwas können. Das ist halt klar. Die Leute müssen schon sehen, der strengt sich da an und der kann ein bisschen was. Aber es müssen wahrscheinlich auch verschiedene Faktoren zusammenkommen. Und man braucht auch, glaube ich, ein sehr gutes Team so hinter einem, was heute auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist, weil das alles so ein bisschen zerstückelter ist. Und alle die Leute sich selbst aufbauen müssen und oder sich dann mehr so zurückziehen und so. Also ich weiß nicht, weil zum Beispiel, man hat ja Boxer, die gut sind, so wie Jack Kulka zum Beispiel. Die sind natürlich jetzt eher am Ende so langsam ihrer Karriere, aber trotzdem vom Skill ist da ja schon einiges da. Und der hat ja auch schon gute Kämpfe gemacht, einiges bewiesen. Aber er ist halt trotzdem jetzt kein deutscher Superstar. Wenn der, glaube ich, hier in Berlin rumläuft, dann erkennen ihn, glaube ich, sehr wenige Leute. Ich glaube nicht, dass er so belästigt wird. Ich glaube, wenn Axel Schulz langläuft, das sieht es halt schon anders aus. Das ist halt, es hat auch mit verschiedenen Sachen zu tun. Jack Kulka kommt ja in erster Linie über Sportliche. Der ist halt nicht so eine Rampensau. Deswegen, ja, das meine ich ja. Oder auch Glück. Manchmal braucht man halt auch so einen Skandalkampf, wo du dir, so wie bei Abram oder so Kieferbruch. Viele Leute hatten Momente. Regina Heilmich hatte Stefan Raab. Viele Leute verbindet man mit irgendwelchen besonderen Momenten. Dadurch sind die halt bekannt geworden so. Und wenn man das halt nicht hat oder nie so einen Kampf hat, wo irgendwas Krasses passiert ist oder auch außerhalb des Rings oder nicht in irgendeiner Show war, dann kommt es halt auch nicht so von alleine. Oft nicht. Es ist halt schwierig so. Das sind ganz viele Faktoren, die halt, glaube ich, so kleine Bausteine sind, die da zusammenkommen müssen. Natürlich. Also die eine Antwort gibt es da nicht. Aber ich denke, wir können uns darauf einigen. Es muss so ein gesunder Mix aus Skill und Showmanship sein, dass man das deutsche Boxen irgendwie wieder so auf eine Plattform bekommt, sodass es dann auch wieder Aufmerksamkeit bekommt. Eine andere Frage kam noch rein bei YouTube vom, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Brawler Sui. Wie seht ihr die Zukunft des Boxen in den 10 oder 20 Jahren? Denkt ihr, es wird irgendwann besser und die Verbände sind nicht, sind mehr so schlecht und haben 100 verschiedene Weltmeister? Ja, also von 100 Weltmeistern gehe ich schon aus. Ganz klar. 100 Weltmeister, Minimum. Ja, haben wir doch jetzt auch locker. Gute Frage. Also diese Titelinflation tut natürlich nicht gut, gerade in einer Zeit, wo man vielleicht jetzt nicht so viele überragende boxerische Talente hat. Also wenn man das so, weiß ich, die Nullerjahre oder die 90er, wenn man sich anguckt, klar wird das so ein bisschen verklärter, aber wenn man sich anguckt, wie viel Qualität boxerisch auch teilweise da vorhanden war und wenn man sich die Gewichtsklassen heute so anguckt, wer sich da so tummelt, wie viel Qualität da ist, würde ich nicht sagen, dass wir halt im sehr starken Zeitalter momentan sind. Kann sich natürlich wieder ändern, aber schwierig. Also ich denke, der Boxsport hat irgendwie auch so ein bisschen, ja, die andere Welt mit Internet, Social Media und so, so ein bisschen verpannt und es ist einfach auch nicht gut. Das tut dem Boxsport nicht gut so. Vielleicht kommt jemand ähnlich wie Dana White im UFC halt daher und vereint mal so wieder so ein bisschen was, dass es wirklich mal irgendwo ein Champion gibt oder dass da irgendwie was in der Richtung passiert, das wäre sicherlich erstrebenswert, dass man da wieder so ein bisschen näher zusammenrückt, weil momentan wird halt immer nur irgendwie über große Kämpfe geredet, aber wirklich viel Großes passiert eigentlich nicht. Außer jetzt vielleicht im Schwergewicht, wo es schon jetzt Duelle gibt, aber viele Duelle kommen ja einfach nicht und das ist das ja auch das, was den Sport so kaputt macht. Aber es gibt Typen wie Ryan Garcia oder so, die sicherlich ja schon irgendwie Fame haben, überall erfolgreich sind und sicherlich auch die Leute wieder fürs Boxen begeistern können. Es kommt halt auf die Persönlichkeiten auch dazu noch drauf an. Dabei darf es natürlich auch Leuten, Leute, die interessant sind für die Masse und wenn es da wieder welche gibt und das werden sicherlich viele versuchen, dann wird das Boxen auch wieder für den Mainstream interessanter. Aber schwierig zu sagen, also wir haben leider keine Glaskugel und ich würde mir da wenig nicht zutrauen, da eine genaue Prognose abzugeben, weil vielleicht in 20 Jahren ist es auch ganz schlecht durchstellt ums Boxen. Das ist, finde ich, kaum möglich, das irgendwie vernünftig zu prognostizieren. Oder habt ihr da eine Idee, wie das aussehen könnte? Nein, können wir gar nicht. Überleg doch mal, wenn du überlegst so, wenn man so Folgen von vor fünf, sechs Jahren von uns anhört, da waren wir ja schon am Denken, ist aber ganz schön hier am Absaufen. Und wenn du das dann so vergleichst, war 2015 ja eine herrliche Zeit quasi. Wir haben einfach immer zu hohe Ansprüche anscheinend, keine Ahnung, in die Zeiten. Aber ich, ja, es hat ja auch immer so ein bisschen was mit so gesellschaftlichen Strömungen vielleicht auch zu tun, ne, in bestimmten Ländern oder Diskussionen, Debatten, die so geführt werden. Ich meine, manchmal denkt man halt, manchmal denke ich auch so, irgendwie passt Boxen dann manchmal wirklich nicht mehr so perfekt so in die Zeit, wenn dann auf der anderen Seite so in den Medien immer darüber, über die richtige Wortwahl, über das Gendern in der Sprache geredet wird. BoxerInnen, weil also auch in der Tagesschau, dass halt das so extrem halt schon auf die Sprache geachtet wird, dass schon das so wichtig geworden ist. Also nicht für alle, natürlich für einen bestimmten Teil oder die da halt bewusst machen, dass man darauf achten soll, dass man denkt, okay, wenn schon bei der Sprache das so krass ist, dass und Boxen repräsentiert halt immer noch genauso dieses Gegenteil von Reflektion und Reflektiertheit und von reflektierter Sprache. Und da sind ja noch so dieses Archaische wird ja gelebt, ne, oft auch natürlich von Männern und Männersprache und da wird ja eigentlich gar nicht auf sowas, auf Feinheiten geachtet und damit, daran ist man auch gewohnt in der Boxwelt, ne, das gibt's ja da gar nicht. Deswegen clasht es so aufeinander derzeit. Also finde ich, habe ich so manchmal das Gefühl, es sind so zwei verschiedene Seiten irgendwie manchmal. Richtig, richtig. Vollkommen unterschiedliche Welten, in denen man sich da bewegt. Aber trotzdem, funktioniert die UFC-Welt noch ziemlich gut. Und da ist es ja auch genauso archaisch, ne. Aber auch in Deutschland, meinst du? Also meinst du, sie funktionieren auch in Deutschland? Naja, zumindest in den USA oder so weltweit. Ja, das ist halt die Frage, ne, ob es auch in Deutschland ist oder so ist. Und die Leute, die da drin sind, die sind auch zum Teil halt archaischer. Also das ist halt so. Ja. Und sicherlich ist Boxen an sich eine hochgradig unanständige Sportart. Da schlagen sich Leute ins Gesicht und leiden Schäden dadurch. Es geht ja darum, auch die Gegner zu verletzen. Ja, natürlich. Das ist Kappsport halt, ne. Und wenn man sich so anguckt, was das Boxen mit den Menschen macht und wie kaputt manche Boxer sind, das ist schon übel. Ja, man darf's nicht. Und anständig ist es nicht. Also so gesehen… Nicht immer halt. Also man muss es schon… Also wir müssen es natürlich… Ich liebe diesen Sport, aber man muss ihn natürlich reflektiert und differenziert betrachten. Man kann ihn halt nicht schöner reden, als er ist. Und immer ist er halt auch nicht gesund, so wie halt jeder Profisport ungesund ist. Aber ich meine halt vielleicht… Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es gerade… Der Zeitgeiz war ja nicht immer so, auch mit Sprache, mit Reflexion, mit diesen ganzen Bewegungen, ne. Dann die Bewegung, dann die nächste. Jeden Monat ist ja gefühlt eine andere Bewegung, die auf sich aufmerksam macht und eine andere Sprache fordert und mehr Achtsamkeit. Und ist ja auch nicht schlecht so. Man ist ja auch ganz nett so, dass manche Leute auf sich aufmerksam machen. Aber ich meine nur, es kann sein, dass irgendwann die Leute so viel… Also, dass es irgendwann zu viel wird, dass die Leute irgendwann denken, okay, wir haben jetzt so viel auf Achtsamkeit geachtet oder sollen das so krass, dass sie sich halt so ein bisschen wieder diesem Gegensatz zuwenden, weißt du? Dass sie dann denken so, okay, wir wollen jetzt doch wieder das Archaische haben und deswegen der Boxsport vielleicht wieder ein bisschen populärer wird, weil man denkt, okay, normalerweise muss ich mich halt immer so verhalten und so reden und korrekt und so. Also… Und dann gucke ich deswegen boxen, weil da kann ich einfach ein bisschen freier sein und muss nicht auf jedes Wort achten. Weil jeder, der mal in der Boxhalle war, weiß, also da achtet halt keiner auf jedes Wort, was da läuft beim Training und so. Da wird halt nicht so… Das ist ja auch… Passt ja bei keinem Sport, oder? Selbst beim Fußball ist das halt nicht so, da wird da halt nicht so drauf geachtet. Das ist halt Sport so, da musst du halt angetrieben werden, da kannst du halt nicht so… Ja, kannst du bitte jetzt nochmal ein Sit-up machen? Alle Boxer, BoxerInnen könnt ihr jetzt ein Sit-up machen? Also, weißt du, so kann man da halt nicht reden, da muss man Arsch hoch und weiter. So, das läuft halt anders. Genau. Das ist halt auch eine komplett andere Welt, ne? Man sagt ja auch vielleicht mal unanständige Dinge, um Leute zu motivieren. Also jetzt bei der Olympiade jetzt, ich will jetzt ja nicht dieses Riesenfass aufmachen, aber da hat… Ja, auch ein deutscher Trainer musste ja abreisen, weil der da welche als Kameltreiber bezeichnet hat. Und da denke ich mir auch, ja, das ist das… Es geht wahrscheinlich… Er hat sein Leben lang wahrscheinlich anständig, war er anständig, würde ich mal unterstellen. Und wenn du deinem Sportler… Für die Verbände geht es extrem viel über Olympia, um alles eigentlich, um die ganze Sportförderung, um die Gelder dafür, Medaillen, gibt es mehr Geld und so. Und wenn du dann so ins Extreme gehst und mal ein bisschen härtere Wortwahl wählst… Boah, ich weiß nicht. Also, wenn er den jetzt irgendwie als N-Wort oder als Untermensch oder sowas tituliert, dann keine Frage. Aber boah, also ich weiß nicht. Also, das geht mir auch manchmal ein bisschen zu weit, so, ne? Der Komponist von den Olympischen Spielen musste da auch seinen Hut nehmen, weil er in einem Interview von 1994 mal zugegeben hat, dass er in der Schule andere Mitschüler irgendwie gemobbt hat. Also, das ist schon dann, finde ich, sehr hart. Also, bei Kameltreiber ist auf jeden Fall schon eine rassistische Äußerung, muss man halt sagen. Aber jeder, der schon mal Sport gemacht hat, weiß halt, dass sowas passiert, so in bestimmten Situationen. Und dass da einfach auch Sätze und Worte manchmal fallen, wo jeder weiß, sie sind nicht korrekt. Und genau, die draußen außerhalb der Boxhalle oder des Fußballplatzes einfach unangemessen werden und da einfach keinen Platz haben. Aber jeder kann so… Also, ich finde es natürlich nicht gut, was er gemacht hat, aber er hat sich auch entschuldigt. Und das ist, glaube ich, jetzt auch alles so geklärt. Ich glaube, damit ist es auch getan, weil man muss, darf ich vergessen, ja, das sind Sportler, die leben, die Weltleitssportler in dem Bereich, die reisen durch die ganze Welt. Im Regelfall sind das sehr weltoffene Menschen mit Freunden und Kontakten in der ganzen Welt. Und ich glaube nicht, dass bei diesen Olympischen Spielen, dass da wirklich, das ist da wirklich ernsthafte Sportler, die wirklich so, irgendwie so wirklich rechtes Gedankengut oder völkisches Gedankengut, keine Ahnung, wie man das nennen kann, in sich haben. Und das würde ich auch diesem Trainer da nicht unterstellen, weil das sind halt noch im Regelfall weltoffene Menschen, die durch die Welt reisen und so. Und da entwickelt man eigentlich dieses Gedankengut nicht so. Also ich kann es mir für mich zumindest nicht vorstellen. Aber gut, wir machen hier ein anderes Fass auf. Das wollen wir nicht tun und hier irgendwie abschweifen. Ja, das… Aber manchmal ist es ja auch einfach schön, diese Gegensätze im Leben zu haben, ne? Also, dass man sich da so äußern kann und da so und jeder weiß halt, wo man sich wie äußert und dann ist das auch in Ordnung so. Oder dass man vielleicht mehr darauf achtet, ist ja auch in Ordnung so. Aber man muss halt auch nicht immer vielleicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber es ist, finde ich, auch in Ordnung, wenn man jemanden zu einer Entschuldigung fordert, wenn er einfach mal scheiße geredet hat. Ist halt so. Aber dann ist es, finde ich, auch gegessen. Dann hat er sich entschuldigt und dann muss man auch nicht mehr drüber reden, weil was soll er noch machen? Ich meine, mehr kann man ja gar nicht fordern. Und man darf auch nicht vergessen, Twitter ist nicht das reale Leben. Überhaupt nicht. Also, die Realität… Ich kenne solche Menschen nicht, die alles hundertprozentig korrekt gegendert haben wollen und es gibt keine Schwangeren oder es gibt nur irgendwie austragende Personen. Hä? Ja, aber man kann das Ganze auch so ein bisschen übertreiben. Und wenn man das übertreibt, dann bewirkt man, glaube ich, auch so das Gegenteil. Natürlich. Ich meine, ich kann den Ansatz von Gendern gut verstehen. Gott, ich bin Mitte 30, ich bin so nicht aufgewachsen. Das ist für mich jetzt auch neu. Ich muss mich da auch dran gewöhnen. Und ganz ehrlich, ich kann nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und das will ich auch gar nicht. Weil wenn man diesen Anspruch hat, alles nur richtig zu machen, dann kannst du nur ganz groß scheitern. Ja. Und in einer modernen, aufgeklärten Welt sollte es doch eigentlich klar sein, dass ein Mensch, ein Mensch ist kein Mensch, ist per se irgendwie mehr wert als ein anderer oder sowas. Das ist ja… Ich kenne keine Leute, die so denken. Also, ich kenne solche Leute nicht. Vielleicht lebe ich da auch irgendwie in einer anderen Blase oder so, aber keine Ahnung. Aber egal, wir wollen nicht abschalten und beim Boxen, keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben keine Glaskugel, wie sich das entwickelt. Ich fürchte tendenziell nicht gut, aber vielleicht kommt ja irgendwo, ja, irgendwann mal so ein Dana White her oder irgendwer oder es gibt irgendwie eine Bewegung, das irgendwie alles mal ein bisschen zu verbessern, weil so ist es der Weg, zumindest insbesondere in Deutschland, irgendwie schon der Weg in den Abgrund für den Sport. Ja, überhaupt. Auf der ganzen Welt. Ich meine, da wird doch… Also, wenn Boxen eins immer gut kann, dann ist es unbeirrt weiter so. Auch wenn es sich zeigt, dass es momentan eigentlich eine falsche Richtung ist. Ich meine, wenn jetzt die WBC noch das Bridgerweight einführt, die WBA seit Jahren davon labert, dass sie die Weltmeistertitel verringern wollen und dann auf einmal noch einen Goldtitel einführen. Also, ganz ehrlich, meine Erwartung ist niedrig. Ich kann also somit nicht enttäuscht werden. Aber bevor wir wieder abschweifen und uns über sich schlagende Personen anstatt von Boxern reden, kommen wir zu den Nachrichten. Da haben wir eine Nachricht und da hat unter anderem auch Regina Halmich in der Abendzeitung München darüber gesprochen. Und zwar sieht es so aus, Leon Bau hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, wo er bekannt gibt, dass er sich jetzt erstmal eine Weile von der Bildfläche verschmitten wird, weil er eine Therapie annimmt, weil er eine Diagnose erhalten hat. Er sagt aber jetzt nicht direkt, um welche Erkrankung es sich handelt. Vermuten, zu vermuten ist es allerdings, dass es sich wahrscheinlich um Depressionen oder Burnout oder irgendwas in der Richtung handelt. Ja, genau. Ich kann ja nochmal kurz sagen, also ich war ein bisschen, also er ist vor einer Woche ungefähr hochgeladen. Wir hatten ihn ja auch schon als Interviewgast, so könnt ihr euch mal anhören, falls ihr das noch nicht gehört habt, die Folge. Sehr angenehmer Zeitgenosse. Ja, cooler Boxer so. Wir haben uns ja schon öfter so, auch ich glaube intern auf jeden Fall, gefragt, so wann boxst er wieder. Da war es ja ziemlich ruhig auch um seine Karriere. Er hat ja teilweise auch recht viel auf Social Media gemacht, dann hat er teilweise auch bei YouTube was gestartet und so. Aber halt stand halt recht lange nicht im Ring und das war jetzt mal so ein anderes, also es war wirklich ein ganz anderes Video. Ich dachte auch so, hey, sehe ich jetzt richtig so? Es war halt komplett emotional. Leon Bauer, siehst du, ihm geht es halt nicht besonders gut, beziehungsweise ihm fehlen auch am Anfang die Worte, so um zu beschreiben, glaube ich, wie er sich fühlt. Also ihm geht es da, er hat sehr lange gebraucht, um irgendwie zu sagen, was er sagen wollte. Aber eigentlich hat er auch im ganzen Video nie wirklich die Diagnose, also seine Krankheit genannt. Also das ist halt wirklich auch, deswegen kann man da halt nur so ein bisschen vermuten. Ich hatte so gleich so das Gefühl, okay, das ist wahrscheinlich über ein Out, Depression. Es geht so in diese Richtung, weil das Video halt so ist, könnt ihr euch gerne mal angucken. Könnt ihr auch was Netzes drunter schreiben, ihm gute Besserungen wünschen. Auf jeden Fall hat er halt gemerkt, dass er anscheinend irgendwie Hilfe braucht und hat sich jetzt anscheinend auch Hilfe gesucht. Also das kann man ja eh nur jedem raten, der merkt, dass er da einfach überfordert gerade ist. Und da kann man jetzt eigentlich auch nur Regen nachheimlich zitieren. Die hat halt in der Abendzeitung München gesagt, gerade erst hat der Boxer Leon Bauer ein Video von sich gepostet, in dem er erklärt, dass er an Depressionen leidet, dass er sich jetzt Hilfe suchen wird. Also sie geht davon aus, dass er Depressionen hat. Vielleicht weiß sie da auch schon mehr. Deswegen, wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche Gerüchte verbreiten, aber es geht so in die Richtung. Er hat es halt nicht konkret genannt, aber sie geht halt davon aus, dass es Depressionen sind und vielleicht erstmal wird man wahrscheinlich erstmal nichts mehr hören, aber vielleicht kommt er wieder zurück. Wir hoffen, dass er irgendwann wieder im Ring steht und so uns gute Kämpfe liefert und vielleicht machen wir nochmal irgendwann ein Interview. Auf jeden Fall wünschen wir ihm alles Gute und auf jeden Fall sehr mutig überhaupt über so ein Thema oder einfach so ein bisschen, er hat ja auch Schwäche gezeigt so ein bisschen oder einfach Schwäche. Was heißt Schwäche? Wenn man Gefühle zeigt, ist es ja auch keine Schwäche. Eigentlich ist es Stärke, wenn man Gefühle zeigt. Das muss man erst mal können. So ein bisschen vor der Kamera. Also sich so zu zeigen, ist eigentlich stark und deswegen Respekt, dass er überhaupt so ein Video gemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass es ihm hilft, dass er sich einfach mal ein bisschen Ruhe nimmt. Weil wenn du immer so präsent sein musst, ich glaube, das ist auch und dann immer so dieses High Life und weißt du so, auch wie Ryan Garcia, ist ja ähnlich. Ich meine, der hat auch zugegeben, glaube ich, dass er Depressionen hat, sie hat sich auch ein bisschen zurückgezogen. Wenn du so immer dieses Bild so transportieren musst, ich bin so erfolgreich und so geil und ich bin Boxer und ich habe 20 Autos und bei mir läuft alles geil und 100 Frauen und so. Also ist ja so ein bisschen alles so. Dann bin ich bei YouTube, dann bin ich bei Instagram, Podcast, genau. Viele Leute denken halt, dass das irgendwie alles so dazugehört. Aber es kann auch irgendwann so zu viel sein. Man kann halt nicht auf zehn verschiedenen Hochzeiten tanzen. Wenn du Boxer bist, konzentrier dich aufs Boxen. Und wenn du gut bist, dann hol dir ein Team, hol dir Leute, die dir Arbeit abnehmen. Das sollte man eigentlich machen. Und lies auch nicht jeden Social Media Kommentar, wo du fertig gemacht wirst und jede Nachricht und so. Distanzier dich ein bisschen davon. Also ich kann das nur jedem raten. Also was da manchmal so, bei Ideen und Bauern, glaube ich, sind nur nette Sachen bei sowas. Aber man weiß ja nie sowas. Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn man sich um alles so selbst kümmert. Das macht ja sonst auch keiner. Das kann man einfach nicht. Das ist eine Überforderung. Richtig. Es ist ja auch eine vollkommener Scheinblender-Welt. Und kein Mensch ist immer erfolgreich. Jeder hat mal Niederlagen. Und das ist halt, ja, das ist halt nur menschlich so. Das ist halt eine Welt, die einem davor gegaukelt wird, die es halt so real eigentlich gar nicht gibt. Und alles diese Dinge, die man da hat, Häuser, Villen, Flugzeuge, Autos, da sind ja alle Sachen, um die man sich kümmern muss. Und das ist ja auch alles, was belastet. Und niemand kann auf allen Ebenen immer nur erfolgreich sein. Das funktioniert halt nicht. Irgendeinen Preis bezahlt man immer, ob es die Gesundheit ist, ob es die Familie ist. Oder irgendwas vernachlässigt man halt immer. Manchmal kann man ja auch nichts dafür. Es passieren einfach Sachen im Leben. Selbst wenn du immer 100 Prozent gibst und an deinem Leben einfach so arbeitest, alles läuft. Aber du hast ja halt noch eine Familie, du hast enge Freunde. Bei denen passiert ja auch was. Das kann dich ja auch ziemlich zurückwerfen oder treffen. Es ist ja nicht so, dass du dich, dass du in so einem, weiß ich nicht, in so einem Metallkasten sitzt und alles prallt an dir ab. Also das Leben ist halt nicht so. Es gibt immer irgendwelche Momente, wo man halt schwächer wird oder wo man gerade nicht vielleicht dafür in der Lage ist oder so in der Lage ist, vielleicht auch in den Ring zu steigen und so. Das ist halt komplett normal. Das ist so, wie wenn jemand halt so einen schlechten Arbeitstag hat, dann auch nicht so ganz auf der Höhe ist. Es passt halt, man ist halt nicht immer 100 Prozent. Ja Gott, es muss ja nicht nur das sein. Ich meine, es kann ja auch alles gut laufen bei dir. Jobtechnisch läuft es gut, privat läuft es gut, du hast keine Schulden und das Auto ist geputzt und weiß der Geier was und der Kühlschrank ist gefüllt und trotzdem weißt du morgens nicht einfach, wie man hochkommen soll. Das ist ja diese Tücke bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout oder dergleichen. Es kann ja alles gut sein, ist es aber nicht. Genau. Und er sah auch nicht wirklich gut aus in dem Video. Also ich finde, wenn man sie in die Augen schaut, falls ihr das Video gesehen habt, er sieht irgendwie schon, ja, da kann man eigentlich nur, ja, da kannst du eigentlich auch nur gute Besserung wünschen und es ist, wie gesagt, dass ich da Hilfe holen ist halt keine Schande. Es ist eher im Gegenteil. Es muss dann sein. Es ist eher ein Zeichen von Stärke, das zuzugeben. Es wischt halt alle, selbst die härtesten Kriegsveteranen, die haben danach Probleme psychisch. Ist halt so. Die härtesten Gangster weinen im Knast. Ist auch so. Und keiner ist immer hart und perfekt. Wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Maschinen. Wäre ja auch nicht schön irgendwie, ne? Also ich meine, auch wenn hier immer hart, also ich weiß nicht, manchmal weiß man ja, es gehört dazu, diese Show da zu fahren, aber wenn man sich vorstellt, dass die dann jeden Tag so sind und immer, dann wäre das irgendwie auch unsympathisch. Also finde ich auf jeden Fall. Es wäre unmenschlich, ne? So Mr. Robot wäre dann so. Keine Ahnung, es wäre halt cool. Es wäre einfach merkwürdig. Jeder weiß, dass das nicht so ist. Ich glaube, auch Affne Hilderim weint manchmal. Ja, genau. Ich glaube auch, der Mr. Robot weint. Ja, glaube ich auch. Aber die Leute reden halt nicht darüber. Müssen sie halt auch nicht. Aber im Endeffekt müsst ihr euch merken, alle haben mal irgendwelche, alle schwächeln mal oder haben halt irgendwelche Probleme. Das ist ganz normal. Und es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Genau. Auch die härtesten Kämpfer, die härtesten Warrior, die viel gefressen haben und die echt männlich sind, auch die verdunkeln an sonnenreichen Tagen vielleicht mal Geschlafzimmer, weil die einfach solche Probleme haben mit Sonnenlicht. Das ist einfach so. Alles hat Folgen. Und jeden Preis bezahlt man. Und das kann jeden treffen. Jederzeit. So, bevor wir uns jetzt noch weiter da reinreiten, würde ich sagen, beenden wir diese Folge für heute. Es hat uns sehr gefreut. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns. Die Fragen heute waren wirklich klasse. Super toll, dass ihr uns die gestellt habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de Untertitelung des ZDF, 2020